hallo und herzlich willkommen liebe abonnenten ich bin's wieder euer robert und es geht weiter mit black ops 2 road to commander und dann würde ich sagen wir fangen sofort an und dann geht es auch schon los bei der letzten folge war ja sorry das war mein laptop bei der letzten folge war es ja nicht so toll ach ja na gut kann man sich nicht aussuchen wird genommen und dann ist es gut ja freunde black ops 2 fickt mich voll ab muss ich ganz ehrlich sagen aber nun gut was willst du machen die pille musst du schlucken und mal gucken wie es läuft jetzt hier mehr als auf dem sack kann es natürlich nicht geben ist natürlich klar und gucken wir mal wie wir hier auf dem sack kriegen an der stelle das war mir klar dass da weg was abgeht da oh mein gott da muss ich mal kurz weg hier ne da hauen wir mal lieber ab jetzt müssen wir die leute mal natürlich mal suchen her und wo sollen die anders sein als hier hinten herum zu schimmeln oh mein gott da ist deine mutter ist auch neues alle wenn ich nie also jetzt fängt diese scheiß gekämpische wieder an meine fresse alter zockt lernt doch mal zocken alter schweißen kinder ja komm leck mich doch wohnen so fresse am abnähen nötig ja ist doch gut pädobär alter wie kann man sich pädobär nennen dreckiger hurensohn alter dann geh doch kinder ficken pädobär alter bei dem muss aber wo was nicht stimmen in der erziehung oder der cat bestimmt immer mutti im schlafzimmer schrank will ich gar nicht wissen interessiert mich gar nicht interessieren mich pädobären alter ne freunde alter ich gehe gleich raus alter voll auf den sack und spiel war der scheiß fick dich du wixer pädobären pröber antigummibären heute sind die pädobären am start ne echt kann ich nicht verstehen alter so'n scheiß 3 zu 6 ich glaube ich mache hier gleich ein rage quit alter was aber dann machen kann das lobby hier fick dich du wixer oh weg hier ja ihr kämmt mit ne mine in der ecke rum dreckigen noobs alter lernt doch echt mal zocken alter die fresse alter ja ist klar boah ne geh jetzt gleich raus alter mit der skh und schalldämpfer kämmt der nächste rum mit dem mg in der ecke oh mein gott alter komm ich auch nicht weg hier müsste mich mal einer von hinten vielleicht mal am pisser fassen ne macht auch keiner der pädobär kommt wieder oh ne alter ah da bräuchte man so'n team ne weißt du was haut rein da bin ich mal eiskalt rausgejoint werden die leute halt wieder neu eingeladen und dann geht das weiter weil diese scheiße gebe ich mir garantiert nicht war eck der host scheint wohl so zu sein da gehen wir dann natürlich mal raus den scheiß gebe ich mir nicht was ist das denn hier das zeigt mir gar lol alter achso lol kann ja gar nicht gehen ich hab ihm ja gar nicht eine freundes das ist musst du auf letzte spiele gucken beitreten beitreten ja ich hab grad mit sali geredet nicht dass ihr euch wundert hier was ist das denn was ist das denn ich hab mit ihm hm hm ist das merkwürdig ja jetzt kommt das auch noch dazu dann habt ihr jetzt eine lobby folge ist auch geil ach dann zog ich einfach eine runde alleine hier neues noch kugelsichere pimmelweste oh kugelsichere pimmelweste und dann haben wir es und dann haben wir es und dann haben wir es jetzt kommt hier keiner rein ich drehe gleich wieder durch nach typ offen kommt kein schwein rein ist auch kurios verstehe ich auch schon wieder nicht wird er aber etwas konstruiert so kommt er auch noch rein mit dem dass wir hier weiter machen können sonst haben wir hier eine fülle folge wiegt halt immer eine folge für den füller ne so weiter geht's hier haben lange ja noch erwartet die spannung stolz ob wir wieder so eine abkacke runde haben ach ja dieses game kotzt mich so an am besten noch rein eingezäunt in der laufenden runde und dann haben wir heute alles ihr habt nee ich hab keinen bock auf diese kack map da oben also nimm mir die kack map die da unten kommt boah ne gerade ist schon wieder leicht ab fucking mäßig hier mal call of duty jeden wert der kollege mal gesagt hat call of duty vom bastard für dich gegrüßt an der stelle gelort sage einfach mal hier ist einer der lobby der heißt gelort wirklich als zweiten ganz oben als zweiter gelort aber der andere ist auch ein gelort davon so dann geht es aber weiter hier geht es aber auch mal weiter was ist denn los ne freunde habe ich keinen bock drauf turbo bean heute alter wie oft kommt denn heute diese maps haben wir eine map hier bei black ops 2 oder leicht abgehoben würde ich sagen unglaublich tausende maps und immer wieder die selbe scheiß map oder leicht abgehoben das flugzeug zwar abgestürzt sind wir sind abgehoben verkehrte welt boah ist da zum kotzen alter wie viele maps gibt das hier bei black ops 2 sag mal ehrlich 16 20 ja der noch mit dlc ist ja ne die hat ja irgendeiner nicht hier ist da zum kotzen alter spielst du hundertmal die gleiche map und noch nicht mal noch nicht mal eine stunde alter doch stunde kommt hin leicht abgehoben man diese scheiß geschnitte kauft der morgen der schwelle die halsschlag alle an bis zum geht nicht mehr leicht heiser hier hans meiser die leute stressen hier gerade so extrem vor der habe ich nicht gesehen leicht abgehoben wird hier die bohrer bestimmten gelort gelort und der die beurte passer der die boi gelort alle leicht abgehoben würde ich sagen drecksmine ja jetzt kommt so ein pumpen noob alter gelort jetzt geht das hier aber der scheiß schwuchteln alter geht mal lieber scheiße stampen alter ist das zum kotzen alter ich hab nichts gegen schwule aber die gegen mich hat voll auf dem sack alle gegen bastarde alter und wie die manchmal jetzt spiele wieder weg gesnipet hat gerade auf dem sack hier alle leicht abgehoben einfach rauf hier halten hier den langen lümmel hier lang und dick muss er sein ja ich wollte doch schieße ich meine fresse alter fang hier schon an zu quietschen wie so eine mühse er will nicht sterben er will einfach nicht sterben alle jetzt werde wieder weg gesnipet der typ geht mir so richtig auf den sack mann 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 wo bist alter wo wenn ich hier mal wisse wo die action geht hier er knallt hier rum mit seinem scheiß mg alter geht mir auch so auf den sack ich will zwar auch mit einem mg aber das muss ja keiner wissen wollen halt bleibt unter uns was ist denn hier was los oder leicht abgehoben würde ich sagen wo bist du her komm her gretchen modermöse alter er kennt da oben wieder auf dem zeitflugzeug romana boah ist er zum koden alter gib mir den koden nigger alter schnell schnell und eine kriegsmaschine alter das ist echt total unnötig diese kisten heute alter die kisten bringen wir heute irgendwie gar nichts leicht abgehoben wie der mensch wo ist denn hier was los verdammt mann jetzt habe ich nur noch einen schuss gehabt von dem ding boah 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 alter miese geschichte alter aber das war nubige das war richtig nubige total verrissene aber richtig hart halt ihm gleich nochmal weggepimmelt hier ich bin mal gerecht hier boah wer hat mir da den arsch gerettet alter ich bin gedankbar mein freund auf oh mein gott alter richtig peinliche und wieder und auch wieder leicht abgehoben ne jetzt reicht halt auch wieder mit dem scheiß ist auch genug hier boah alter was schluckt denn dieser typ manchmal ist das hier ein bisschen merkwürdig muss ich ehrlich sagen ne ist doch einfach so ne die da lagen alle da kommt er ich habe ich gesehen freundchen da knallt er der andere mich noch weg alle das wichser man könnte immer so gut laufen ne leuchtet weggeratzt löst hier und er kämpft wieder rum ne oh ne alter die blocken einen hier ist das hart alter na 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 komm her hier na komm her na komm her oh nee ne boah schneibt der mich noch weg oder so ein arschloch boah freunde aber das war mir noch mal eine gute runde hier dann würde ich einfach noch mal sagen wir machen gleich wieder einen cut passt das schon 23 Fösen paar Tode zu viel aber sonst kann ich mir immer auf der Schulter klopfen nächstes mal ein paar plus rum mit bei hier etwa hier etwa hat mir auch gefallen ja freunde dann würde ich sagen war das wieder für die ausgabe und dann sage ich bis zum nächsten mal und lasst es euch gut gehen freunde haut sie rein bis zum nächsten mal